Musik 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 Oh, komm ich schon Geh Das Bomber killt mich mit einem HP Das ist noch ein Heavy Tanker Der Bomber hat ein HP Mh Schreck Wo fliegt der Über 11 Geflogen Gibt es den immer noch? Glaub nicht Machst du stehst dezent im Weg Sorry Geflogen Sollte nicht drauf pushen Schau doch ab hier Warum kommt der rausgesprungen? Schau doch Überall Gas Überall Teammates Der fährt zurück nach A Hab ihn gespottet Da ist ein AT Rocket Gun Ja, das ist sicher Ich hab getötet Dann ist das Heavy Ich hab die AT Rocket Gun Ich hab die AT Rocket Gun Oh, guck mal da ist einer Field Gun Hab den Auch nach A Schau doch Machst du vernünftig an Da ist ein Heavy Tank Da ist ein Heavy Tank Da ist ein Heavy Tank Ich hab überhaupt kein Leben mehr gegeben Alles in Ordnung, bin eh tot Und dann passt sie Und dann passt sie Spielt ja eh grad keine Madic Yes Ich hab grad ein bisschen Abstand von Madic Ich hab grad ein bisschen Abstand von Madic Ich hab grad grad ein bisschen Abstand von Madic Mit Waffe Ohne Fährt Ja Wir sind nicht mehr so geil Hey du Spacken Verpiss dich Noll Hast der einen Minen gefunden? Bum Was? Der Heavy Tank? Nöööö Ich war's Hat er Hallo? Oder hast du ihn? Ich hab ihn dreimal getroffen Okay Der war voll der Besten Ja Da ist noch einer oben drin Der 90er Hit Einer von denen hat 90er Hit Muss noch einen Ach das ist noch zwei Drei über alle Der ist ein Pimmel Hängt da raus Drei mal Brand alter what the fuck Du bist gerade in der Fall Natürlich ist gleich direkt der andere Fighter hinter mir Und der hat nen Gunner Wow er schießt noch nicht Für mich hat ein Flieger im Boden Du crashed Ja Wow Zwei 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 FIGHTERs sind hinter mir gewesen Cool Ich hab versucht ihn dauernd zu machen Aber ich hab nur 29 Schaden Drei Und du hast eine Raketen Und du hast eine Raketen Triffst bis auf Lockdown Von den 6 Und gegen ähm Hier Airship später macht eine Raketen Sarge 130 Damage Oder so Können wir machen? Da kannst du halt auch Main Gun spielen Am Ende Was kannst du für Damage Ja du kannst die drauf spammen Oder du kannst Main Gun noch hinterher schießen Und bis bei 250 pro Anflug oder sowas Und bis bei 250 pro Anflug oder sowas Hat schon gut rein Und auf die DING macht's glaub sogar noch mehr Damage Auf die Gondeln Die macht im glaub 200 oder sowas mit dem Raketen Und sonst ist sie halt nicht so gut Der Fighter hat uns vergessen Nope Aber wenn halt ein Buch im F ab ist Und du zwei von den Fightern hast Dann ist er einfach tot Die beiden die erst vor den ersten Schritt Ey hab mich mit ner Nate geholt Diese Nades Einfach Ey der hat mir die Nate runter gemacht Ach was wollt ihr von dir? Wohin auch die Zuge ranzt Klaaann Komm hit me bro Das ist ja wie 10 kalt da hinten Das ist ja wie 10 kalt da hinten Das ist ja wie 10 kalt da hinten Ja warte Komm Der Trick Hat schon genug Fales gemacht Hat er schon Fales? Oh nein Jetzt hab ich rausgetappt Also ich sterbe Ja Keil Oh ein Kollaterat Dann holt mich einer von D unten Dann holt mich einer von D unten Was liegt der bei D? Was liegt der bei D? Und wo liegt der bei D? Ah da Junge Und ein Heavy da hinten Max Ja alter Oh da sind so viel was auf die Schießt Wird ganz schön rückwärts fahren Wird ganz schön rückwärts fahren Jetzt hab einfach sofort mein ganzes Zeug voll gehabt Ach Nochmal Von 0 auf 100 Auf 30 ja Da bin ich mit ihm King Helder Riegu root Haldermap gibt dem her 50 damage Ja, ein Soldat! Einmal Headshots. Alter, crashen ja die Flugzeuge, mich reichen die Runde, ne? Feier dich. Das ist der Paar nur. Warte, du bist weg. Ja. 75er-Hit. Der Meister ist halt einfach gespawnt und hat nur geneift wieder. Richtig geil. Und ich konnte ihn nicht töten, weil der Spawn-Protection hatte. Nice place. Spawn nicht. Doch, das mache ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Automatiker sehe. Was? Ich kann nicht charge die Lolo. Der ist auch low. Der hat 1 HP da hinten. Der hat auch low. Der hat 1 HP da hinten. Der hat 1 HP da hinten. Du viel Schaden. Mich haben die alle nicht gehittet. Okay. Wow. Der ist auch low. Der hat ein Heavy Tank da. Ich hab ein bisschen verkackt, wow Der Sniper hat low Der verbrämmt mir was in Hits Der Sniper hat Der Sniper hat Der Sniper hat Der Sniper hat Ich hab schon alle 5 draufgefahren Ich mach auch mit Immer Basti Der Sniper hat 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 Jop. Vielleicht. Boardnumro 2 damaged. Aaaaah. Natürlich, klar, dass du in der Automatik geholt ne? 490. Er ist tot. Fuck. Los, komm. Hopp dann. Ich hab mir ne Bar geholt. Ui. Jetzt sind wir uns alle. Und niemand spielt, Medic auf der Karte. Ich bin nicht einmal gestorben, die Runde. Der Tod ist noch von letzter Runde. Wieso nennt man sich fremder Samen? Hm. Vielleicht steht da drauf. Fremden Samen. Vielleicht gehört er der Schwinger-Szene an. Ach, dieser Hurensohn, ey. Natürlich, Benage hatte ich an ihm vorbei. Das ist ja direkt über uns. Bist du? Ach, komm. Ich bin auf Ehe down. Aua. Ich bin im Haus gewesen. Ich bin im Haus gewesen. Welcher bist du? In der Küche. Oh, nice. Da ist er. Was ist da hinten? Nein. Noo.. Hier drin. Na, ich fühle dich schon wieder der Mittelautomatiker. Mh Feuerwerk In dem Haus hier alter Bei mir in der Scheune Und abtie Hätte ich mit der Joggergun geholt oder was? Nein, nicht Achso, du musst erstmal hinlegen Jetzt wollen die rechts auf dem Feld, oder? Jupp Ich werd schon angeschossen von da Von hinten an Wieso hat er die Zetten gelegt? Weil ich den zweimal angelegt Von wo hast du es bekommen? Von hinten zu C Bei A fast Oh mein Gott, das ist so random Pfff Bist das Oh, ein Lighting steht da hinten Links steht leidt mal Der eimt auch dahint Wieso lacht denn es? Ist das Gas Was ist denn im Haus hier? Wir sind gerafft, oder? Naja... Wir haben keinen Medik, oder? Ja... Ein HP hat er... Oh... Ich bieg um die Ecke... Erstmal Infanterie... Zumal A1-Hits... Rein hier... Huuu... Da steht einfach der... Dei Tank rum... Ha! Wat? Da war ja wirklich jemand in der Ecke... Einfach so reingeschossen, oder was? Ja... Ich hatte da was auf der Karte gesehen, aber... Man up and switch! Oh, jetzt will er's aber wissen... Basti, man up! Fucking kiddie! Wisch! Ja... Das ist absolut gefährlich Ja, es würde sich nicht beschweren Das klappt doch selbst nicht, dass ich sich beschweren würde, wenn wir alle unterschiedlichen Namen hätten Oh mein Gott, look! 4 good guys in 1 team, I'm amazed Let's complain Hardcore, ist ja richtig Warum wird man Hardcore spielen? Das ergibt uns ab wenigstens Sinn Ich werde nur von teammate guys getötet werden, ist das ja Genau auf meinem Body liegt einer, zwei sogar Ich trenne da eine weg Das ist zwei bei den G da hinten einfach Kackrunde Ja, ich hatte 63-1, wenn ich den Tod davor nicht mitzählen würde Ja, ich werde nicht mitzählen Cheating motherfucker Schattacher Vielen Dank.